ich bin die Zerbstahl Boxen der Kenntnis setzen das ist sehr traurig was fielten das gilt denn er wird mich selber verarscht was gemacht ich bin unter den Spanien schon mal ein Widerling der Lotte hier ist jetzt ja wer ist Kuhlmann Naja das ist mir gefallen meine ich lieber noch aber der Körner schießt auf mich und ich muss ein Teil erbauten wir würden diese Böse jungen sie doch nicht ja diese Skelton man so ein Blöder Gegner er ist ein Kostner wenn der Entwurf war nicht zu stütteln ich will ich will ich versuche ja sein Leben zu retten nämlich Mainz Räte für ihn gleich voll der Gute ja das ist etwas zu retten also wir haben versucht die Staffeln von Cowboy Bebop durchzuhalten Cowboy wie heißt es Cowboy Bebop der Bab sich kennt jemand Cowboy Bebop und jetzt sterbe ich dafür ich habe sein Name nicht richtig ausgesprochen Schande über mich der Fabrik das sind die Portion oder nicht Oh mein Gott mein Herz oh mein Gott was hast du gemacht boah ich habe gerade die Plattform so und meine Monsterfalle ist ja noch nicht richtig gestartet aber da hat jetzt so ein Monster gedacht boah ich spawn da ich spawn da sowieso mal da oben und der ist echt direkt auf mich geflogen und dann gestorben neben mir boah unter mir ist halt voll der Abgrund und dann bist du voll am Konzentrieren redest mit Sascha über Teleportieren und dann kommt so ein hässiges Teil von oben geflogen so Sascha geht bis nach Hause oder? ich habe nur Angst das Kilo aber gleich ausläuft so was brauche ich nicht wo auch in der Fall ist das tut mir so leid Sascha kein Problem ich bin nicht die Linie geht Sascha der beste Hände Kropf zu fort ich habe tp vergessen natürlich so wo kann man auch schöne Bilder anbringen das musste man langsam loswerden was gab es wurde Boah boah eigentlich sieht es voll anders aus oh oh aua sorry man ich muss dem Boot was war's richtig ich bin voll durcheinander war so ne Scheiße da oben ich bin so durcheinander aaaah wir sind oben nein 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 hör auf damit da ist eine Treppe nein nein hör auf damit ach so ich soll die Treppe benutzen da ist ne Zappe baut meine Treppe nein 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 wo laufst du dahin ja ich seh doch nichts ok da ist ein Loch doch soll ich runterfallen nein da kannst du hochlaufen hier hier was dein Problem komm doch ah da na ja 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 gibst du mir Glas hast du Brot hast du Brot mach dir eigenes Glas dann muss ich nicht mehr runterlaufen hm warte na bitte nicht ok wo ist der Ausgang hier bitteschön da bei der Treppe nicht oben oder unten Mitte wo geht's ah da geht's runter ok nein 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 da geht's nicht runter bis ich war schon die Krise und abdeckert drüben da nix verstehen oh mein Gott endlich bin ich draußen hallo ja hallo ja hallo ja check 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 ich muss ich komme ich tut 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 also normalerweise müsste so aussehen 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 1 1 2 3 4 5 6 7 5 5 5 5 5 7 8 5 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 6 5 4 6 5 6 5 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 auch so er er hat uns eben gesagt was seine Angst ist was wir es so als zähne zu verlieren 10 geht das Geräusch gibt dann ein paar Sachen ich meine die Opel kommen was wir zum Beispiel Augen das ist voll krass mann das ist ja gruselig und das ist gruselig auf jeden Fall Prozent wo ich will er gar nicht so was machen was ist ich nun Augen verlieren ne oder er die Augen verlieren warum ich nicht dabei schiebten ich bin gar nicht wollten aber ich weiß nicht was ich jetzt machen so dass er schön machen hat es ist ja blöd alles wollte ich auch mal alles schön machen und dann weiß ich gerade gar nicht wo ich bin ja ja ich mache es kann es laut sagen Digga Kunstbuch schreien erweilte die Romand es geht so lange und den Dreckshofen und die wir uns nicht und es wird ausreichen das wird ausreichen das wird ausreichen das Gebäude wird heute noch fertig hier schickalacka schickalacka oi 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 ich bin von Gästen das mit dem Affen das war so erkästlich das war es bei Gästen und das war wo ich weiß nicht mal wie die Schauspieler heißen unglaublich wo vor Ort wo vorher und der Film was vergessen was vergessen wird das ist ja die Gäste bald wird sich an er nun es geht ja auch um so was ähnliches so eine Backe zwei heißt der Gäste gewaltt und die der da heißt was zu gestern überhaupt nicht geklaut ich glaube die lässt dass er nur der deutschen Namen Jurassic Park hast er nicht übersetzt vergessene Welt Jurassic Park ich glaube nicht dass man das überlassen kann ich schätze mal die Jurassic auch ein eigenes was passiert sie lauft die Falle immer auf meinen Kopf diese hässlichen Teile boah Fabi hat Angst vor eckeligen hässlichen Teilen der kann überhaupt nicht zocken ey was ist los mit dir Fabi kannst voll nicht zocken voll nicht zocken ok was brauche ich noch ich will nicht wieder runter gehen ich nehme das es wird volle Taschen gleich geben mit was mit Pflaster Stein Sand mit Pflaster mit Pflaster Steine so Oh hier ist ein Boden Ok jetzt kann ich ja ein bisschen was mitnehmen oder ich hoffe ich hoffe ich kann was mit oh ich kann was reparieren das habe ich ja mal gelernt zwei Stück neben einander hä? die ist doch nicht repariert das ist genauso wenig echt? Psst voll die verarsche du kannst die reparieren du bist voll der Fischthema du kannst die Sachen reparieren im Mai ich bin immer sehr lieb und jetzt mache ich jetzt bin ich nicht dumm ausnahmsweise einmal nicht dumm machen nicht mit jetzt was bei ihr jetzt liebt die mich auf einmal oder ja ich bin schlau ich hab nicht gemacht ich hier kann du bist vertreten dreißig stück sogar das abgezählt der Klammer nach dem Scheißen ich kann sehen weil ich meine in der ersten Stier ich dachte es ist das so ein bisschen Spendabel bis zum sohn 60 Baden überschmeißer Mannheim sieben die schönen Teilnehmer bei der Vorwärmung aus ausgebildet werden genauso wie D-Mark und die Zeit nun einfach vorbei die schönen die mich halten weil ich habe ich habe seine Haare verlieren muss durch ich freue mich das auch und das entscheidet sich an demnächst und ich bin jetzt als nächstes gegen Italien mit starker Gegnern starten der starker gegen die Bied für Italien ja also ich bin ich werde in ehrlich gesagt auch gern die Italien weil ich glaube die werden gewinnt aber ich habe die Fresse aufgemacht und jetzt muss ich dafür stehen ja klar ist ja okay also hoffnungsstift zuletzt was fort Deutschland ist jetzt auch ganz gut gespielt auch das leckt das leckt das heißt es das leckt man mir lebt du meinst das leckt ja Stiermann so Mab mit dem Paul machen oder geht also nennen es ist nicht das ist kein Problem das Problem ist gerade bei meiner Konstruktion dass ich leider nicht so alles installieren wollte sondern ein bisschen anders aber jetzt muss man und disponieren leider Gottes geht es nicht anders was habe ich von ihnen bekommen ein Goldnugget von diesen Schweinen aus Niederlande kommt man Goldnuggets ha 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 wie geil aber wo die Möbel bis von der Fisch bewusst ist dass ich das wusste ich schon nach zwei mal Minecraft spielen durch die Schriftlichke wir sollen sind es ist ein Prozent man macht aber Spaß und vorbeigte und das zu sein was man auf YouTube sind aus der Erde hat mich fast die Kinder das war nicht gut das so vorliegt so bis zu Blödsinn weil ich wieder ein Loch schon hatte man und ich mache noch glas kaputt noch stieg fisch und was kommt das eigentlich den Stier weiß ich nicht das habe ich vor viel gefragt ich weiß ich hab das ich sagt das schon vor lange Stiehl ist doch meine Kuh ja Stier kann ich nicht Stier ja eine Kohl über Stiermann Stiehl wurde sehr schnell sein Tier aber ich kenne das nur von dir und und bei niemandem er dass jemand Stier er hat er braucht jemandem um das zu stieren wir können sich nicht hier kann keiner von Stier das ist ja so ein Bulle Sternzeichen Stier er ist ein Tier aber und warum sagen wir sind diese neue Einstellung mit dem Glas ist echt ein bisschen gruselig muss man dazu sagen sie hat diesen Glas Käfig gebaut und man echt Null Konturen also ganz dezent und wenn man dann so gefangen ist in so einem Käfig ist es ein bisschen wir haben folgende Angst mäßig weißt das wurde das hatte ich ja auch am Anfang und das wurde er bei dem dicken Ding hätte ich mir das gut vorstellen kann aber ich habe gar nicht was du mein Haus war ja unsichtbar deswegen bin ich ja auch so ausgerastet die ganze Zeit so jetzt verstehe ich das zu was unsichtbar natürlich das war voll traurig nein mein Haus auch unsichtbar ausfragen wurde gut dass du zu mir zuhörst für die Bühne und die Bühne und das war ein Tester Oh es ist wieder dunkelkinder haben wir abgeschüttet aus dem Essen am Start Bord und er hat sich noch noch kurz Brot so ich glaube es reicht auch jetzt in deinem Herz meiner Meinung nach ich habe jetzt wurde stelle wieder gesammelt geht nach Hause Achterus und gleich geht es ab ja 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 so ein bisschen action schieben nun keine Action und bis gleich beim Portal kann man gut damit klar was er nicht unten gut gut die Bühne bis zu ganzheitlich ist zu hohen sehr zu empfehlen noo pro Action pur wo ich will so gern diesen Pilz jenlich alle anderen großen wo das ist geil danke dass du mein Ohr ich bin hier aus der Tasche das sagen die man muss in die Ansturm vor 60 ist ein groß wow 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 coole sache nein scheibenkleister doch von der richtigen nicht mehr ich mich später an ich glaube jetzt noch nicht die Geräte zu tun wird und betreuen ja natürlich auch viel dazu ausgesucht aber um wie gesagt wir haben ein Problem die macht keine Zeit wie soll ich vorlesen ich mach das gleich hier mit diesem was klären mit dieser jungen diese jungen will klären das Problem du hast Problem hast Problem kommst kommst zu mir hast kein Problem mehr hast du Problem kommst zu mir ich mach dich kaputt dann hast du kein Problem mehr ich hole meine Bruder Motherfucker Jones also das war gut recht meine Bruder ist auch angeschaut Prozent als Kür und da war nicht so gut sind wir schon fertig oder aber aber trotzdem ich meinte der anderen Schauspieler ach der von Scrubs genau der böse Doktor eigentlich ich weiß nicht wie er heißt Dr. Cox Dr. Cox Apropos Cox soll ich die kleine Geschichte jetzt